Wo ging der Flut? Mit nach der zweiten Tür Drei Ein sehr, sehr schöner, originaler Floor Otis Aufzug aus dem Jahr 1965, aussteuern eine aus. Der Aufzug hält auf die Etagen E, eins, zwei, drei. Geht nicht. Da muss ich auf die Tür tun. Hier unten steht es auch von der Schachbahnflut hin, das heißt jede Tür wurde hundertprozentig nachträglich eingebaut, leider. Das finde ich sehr schade, aber der Typ verdiebt eine, das ist nicht so eine Tüftrechninie, das ist, die so eine Rechninie ist, der ist schon so ein Zeichen über. Seit Jahren hier in Deutschland, deshalb müssen alle Aufzüge, die öffentlich sind, mit einer Innentür eingestattet sein. Wenn wir jetzt eine Innentür haben. In Holland ist es nicht so. Da gibt es noch eine Menge, auch die nur ohne Innentür. Ich gehe heute immer noch kaufen, in einem Geschäftshaus. Und das war's. Das war's. Also war's.